Er lernte niemals zurückzureichen, sich niemals zu ergeben, dass der Tod auf dem Schlachten fällt, der höchste Ruhm sei, den er in seinem Leben erlangen könne. Geschaffen, um die besten Soldaten hervorzubringen, die die Welt je gesehen hatte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020